Hey Kinder, was geht bei euch ab? Wartet gerade mal, was bei mir abgeht. Das Teil ist echt gewaltig. Und mir machen das jetzt so verschlägt. Wundert euch nicht über den Chambamble, der hier rumliegt. Ich habe jetzt nicht so extrem aufgeräumt. Die Flasche ist natürlich mit dabei, ganz klar. Gut, ich hoffe, dass die Akustik passt. Also zuallererst haben wir mal den Lieferschein. Und weiter geht's. Zack, zack. Ganz sanft natürlich. Wir wollen ja nicht so übertreiben. Hier sind übrigens meine Beine. F***ing sick, you know. Ich glaube, die habt ihr noch nie gesehen. Wenn ich so das recht bedenke, ne? Oh mein Gerd. Ihr könnt das ja gar nicht richtig sehen. Warum sagt mir nix? Da seht ihr auch die krasse Kissen- und Deckensammlerei von meinen Girlfriend. Das sind nur drei. Guck mal, da hinten sind nochmal zwei und eine Decke. Also ein Deckchen, ein Deckchen. Guck mal, wie viele Decken das sind. Das gibt's auch gar nicht. Dann guck mal hier, was da liegt. No, no, no. Und da liegt der fette Haas. Das sollte besser gehen, ne? So. Okay. Man kann diese Folie schon sehr gut erkennen. Ich weiß, hier ist es nicht sonderlich hell. Ich sollte es eigentlich ein bisschen... Geht es so mit der Helligkeit? F***, sieht es dunkel aus. Warte, ich hole noch eine Leuchte. Ach Gott, ihr seid so aufwendig gemacht. Mensch, ey. Wisst ihr, was das Wichtigste an so einem Video ist? Die Vorbereitung. Ohne Vorbereitung machst du gar nix bei so einem Video. Du machst einfach nix. Das geht nicht. Wir sind uns vorbei. Das hier ist eine Transportsicherung. Das ist Sealed Air. Kann ich mal nicht sehen, was die schon verkaufe. Heutzutage. Gut, gut, gut. Also, und hier haben wir auch schon das Schätzchen, ne? 5000 Watt Base Machine, meine Damen und Herren. Das sind die USB-Anschlüsse. F***, das ist runtergefallen. Das ist auch noch ein Anschluss. Strom. Der Prozessor. Aber jetzt war es im Ernst. Was ist hier alles drin? Warte mal, ich muss es mal richtig hinstellen. Ah, der Installationsguide, oder was? Ja, schön, schön. Ja, hier sind halt Abdeckungen und sowas, ne? Also jetzt, wenn wir mal ernst sind. Komm, und da ist noch so ein Gerät. Speaker Power LED. Jetzt machen wir mal ernst. Ich stelle kurz den fetten Karton auf den Boden, um dann den kleinen Karton hochzuheben. Scheiße. Ich bin so ein richtiger Olverdäuber. Also. Fuck. Das hier ist das Ding, wofür ich mich entschieden habe. Ihr wisst schon. Die Hülle. Ein paar von euch waren dagegen, ich weiß. Aber ich nicht. Es gab auch viele Befürworter, so ist es nicht. Ihr wisst ja, dass ich euch da um Hilfe gebeten habe, bei allem. Also diesen PC habt ihr mit mir zusammengestellt. Hauptsächlich ihr und ich so ein bisschen. Ich habe euch ja alle gefragt, was ihr wie machen würdet. Und da hat eine Person ziemlich treffend geschrieben. Wenn du auf alle hörst, dann kommst du nie zu einem neuen PC. Stimmt natürlich, klar. Weil jeder hat immer was auszusetzen an so einer Sache. Immer. Das ist echt ein Riesending. So, ich denke, man sieht es hier ganz gut. Okay, wartet. Das ist echt ein Riesenkasten. Nummer 1 ist ab. Einfacher Trick. Oh, je. Das hier ist die Kompatibilitätsprüfung. Mainboard, CPU, Speicher und Grafikkarte auf Kompatibilität geprüft und so weiter und so fort. BIOS, bla bla bla. Die Montage und danach nochmal eine Endkontrolle, ob eben wirklich alles richtig montiert ist, ob die Funktions-LEDs leuchten und so weiter und so fort. Und jetzt kommt hier nochmal eine ganz wichtige Sache. Dieser Computer ist mit dem neuesten Grafikkarten-Montageschaum installiert. Das Ding gibt dir mindestens 300 bis 400 GB. Aber kein Scheiß, das ist die Transport-Sicherung. Ich brauche echt ein Schraubentierl aber nicht. Bei mir sind die ultra lose. Also beim alten, okay, Moment. Denkt immer dran, die Vorbereitung. Ohne die Vorbereitung kann ich das ganze Ding vergessen. Ich entferne nun die Transport-Sicherung. So, ich nehme das Ding jetzt mal raus. Tada. Fühlt sich ultra cool an. This side is down. Merkt euch das schon mal, das ist wichtig? Guck mal, hier ist eine Anleitung, wie man das macht. Also man kann sich ein 30-Sekunden-Video anschauen, dann macht man das viel besser. So, ich mache euch mal eben ab, um euch ein bisschen das Innere zu zeigen. Also wir fangen einfach mal unten an. Hier ist das Netzteil. Da sind die zwei HDDs. Da drin, das hier ist die kleine, die direkt auf dem Board drauf ist, ist die SSD. Mit 525 GB. Richtig nice. Das ist echt geil. Dass es auch direkt drauf sitzt, das Ding. Hier die ultra fette Grafikkarte. Guck mal. Alter Verwalter, leckt mich ja mehr. Oh, shit. Die belegt da hinten drei Slots. Da ist der Arbeitsspeicher. Ihr wisst Bescheid, 32 GB. Boom, boom. Und der überkrasse Prozessor-Lüfter. Echt eine fette, fette, fette Sache. Und ich wollte es ja unbedingt, hier vorne, ein CD-Laufwerk. Mein alter PC war ohne CD-Laufwerk. Und immer wenn ich was installieren musste, musste ich das mit einem... Guckt euch das an, Kinder. Hoppala. Dann musste ich das mit einem externen machen. Und wenn das vibriert hat, ist es ausgegangen und so weiter und so fort. Ihr seht, hier vorne sind zwei fette Lüfter. Und da hinten ist ein fetter Lüfter. Hier gibt es auch eine Lüftersteuerung. Und die kann ich hier oben eben steuern. Hier kann man irgendwie LED an- und ausmachen. Okay, der hat LED. Und hier ist der Anschaltknopf. Hier oben ist er ziemlich krass offen. Da kann dann alles rausströmen. Guckt euch mal dieses riesen Ding an. Holla, die Waldfee. Krass. Guck mal. Das ist echt knapp hier, ne? So, die Transportsicherung habe ich jetzt hier abgemacht. Das heißt, das kann ich auch abmachen hier. Hallo. Schiesel. Hier auch nochmal die Ansicht von hinten. Ziemlich unspektakulär. Die Grafikkarte hat einige schicke Ausgänge. Und ja, an sich einiges an USB. Wobei ich halt hier oben auch nochmal USB habe. Jetzt mache ich noch zu. Wartet mal. Aso, ich mache noch kurz den Kram hier ab. Das wollt ihr ja bestimmt sehen. Und die zweite. Und da ist ein Blatt im PC drin. Ah, klasse. So, jetzt werde ich das Ding mal anschließen und dann weitersehen. Bis gleich. Hier seht ihr nochmal beide im Vergleich. Der alte links, der neue rechts. Der alte ist ein bisschen kleiner. Auch in der Höhe unterscheiden die sich. Und vom Innenleben natürlich auch. Der alte PC. Die Grafikkarte, die noch gar nicht so alt ist, ne? Die haben wir erst vor kurzem reingemacht. Die 1060er mit 6 GB oder 8. Schon komplett zugestaubt. Das muss ich wieder sauber machen. Hier sind auch drei Festplatten drin. Da unten die kleine SSD und hier eben die zwei HDDs. Die Lüfteranordnung ist hier anders. Hier ist oben einer. Und eben noch einer an der Seite. Das ist schon echt ein riesiger Brocken. Das ist wirklich unglaublich. Guckt euch mal die Grafiker an, wie fett die ist. Guckt euch die hier mal an. Das ist schon echt ein Unterschied. So, dann machen wir die Höllmaschine mal an. Ich habe es jetzt vorerst hier hingestellt. Das mache ich alles noch gescheit. Keine Sorge. Guck mal da, Pellet. Ich merke hier oben jetzt schon einen guten Durchzug. Ja, und da geht es los auf meinem dreckigen Bildschirm. Guck mal hier, hier kann ich die LEDs an- und ausschalten. Cool. Und hier vorne, Achtung, extrem leise. Sehr nice, sehr nice. Gut. Dann mache ich mich mal hier an die Installation, gell? Also ich denke, ich werde jetzt einige Zeit mit dem Aufbau verbringen von dem Teil. Beziehungsweise der Einstellung. Also von allem. Ich will auch, dass Windows nicht so da alles abfragen und rumschicken kann. Und ihr wisst ja, was es da für Probleme gab oder gibt mit Windows 10. Und mir haben da schon einige Leute viele Tipps gegeben. Und die will ich dann jetzt Stück für Stück umsetzen. Aber zuallererst werde ich meine Antiviren-Geschichten installieren. Meinen Schutz. Mein Code. Hier übrigens nochmal die Beleuchtung im Dunkeln. Für mich fast ein bisschen zu viel. Also ich bin es nicht gewohnt, so ein beleuchertes Ding zu haben. Soweit ich weiß, kann man sogar hier bei der Palette die Farben, die RGBs umstellen. Ich denke, ich werde das aber in diesem Modus fahren. Also ohne Beleuchtung. Beziehungsweise zumindest ohne Lüfterbeleuchtung. Weil ich die einfach nicht brauche. Ja. Alternatium G. Das sieht schon echt krass aus, oder? Schee, die? Schee. Jetzt passt so ein bisschen die rote Beleuchtung. Das vorne sieht man nicht gescheit. Ich freue mich natürlich schon auf die Videos, die damit entstehen. Und ihr hoffentlich auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott, ciao. Oh, scheiße. Oh, fuck. Nee. Joey Bowie.